achso ja rucksack zu machen ja gut mach ich fahren am aussiespunkt dann north shore oho aha ok jammern schön ja das sieht aber aus und wie er so bewusst dahin gelegt aus ja links rechts rechts links links kommen wir da an dem tisch vorbei gut ich mache jetzt auch meinen sattel runter und mache dann meinen rucksack aus zu das ist ja eine aussicht ach ja er und seine wachen stützer oh ja ich habe es hier gerade nicht hoch gekriegt was habe ich eigentlich bei kugel und meinem handschuh dabei wenn ich das auch habe bei was herzinfarkt mit dem baum ich bin zum glück nicht ganz so weit gehopst wie du ich habe den baum auch erst zu spät nicht gesehen vom glück bin ich schon nicht so weit gesprungen wie du woop es ist eigentlich recht schön wenn ich ein scharf sehen würde ich wollte gerade sagen ich sehe leicht verschoben weil mein linker kontaktlinz ist verrutscht und ich habe dann direkt den baum mitgenommen es ist halt ein schöner tag heute aber das ist ein sehr schönes tal das fahren wir gemütlich hallo, dankeschön, schönen tag ja, gut damit du es versucht hast, ich habe es direkt gelassen also es ist auch etwas feuchter deswegen fahr nicht zu schnell weil es kommen holzelemente die sind zwar mit maschendrahtsaun aber nicht komplett ja toll, ich hoffe das habe ich jetzt auf kamera zerrt da einer ab so eng habe ich das gar nicht mehr in erinnerung bumm das ist jetzt ein dubbel oder was? ne ne ja doch, dann kannst du dubbeln kannst du alter ja, kannst ja mal probieren mit dem dubbeln ohja, ich sehe es gerade dann verschwindet die komplett felge im matsch ja also ich muss sagen da haben wir bis jetzt immer eigentlich glück gehabt damit es nicht so ja ich freue mich bloß mit der fremde so nah gegangen apropos haha gut, wenn ich mal ein handtück habe ja ja ich bin hoch gekommen ja hier unten ist ein fels drin da hat jemand so eine burg reingemeißelt am bachlauf deswegen heißt es tal der fehlend bei uns mehr oder weniger alter ja, nein, ja, nein aber von hier aussieht es recht steil aus ja ist es ja auch problem ist aber harte stufe ja so ein großer absatz ja problem ist, ich halte mich auch nicht absolut im sinne wie das aussieht ich bin wie gesagt 3 mal hoch gewandert im weißes tal ist schön alter also mein sattel kam mir doch recht nah trotz allem verdammt pfuh auf scheiße kurve zu weit genommen ups wuhu den könnten wir auch mal richtig filmen was? sag den könnten wir auch mal filmen so eine durchfahrt wenn es ein bisschen trockener wäre der ist in der regel immer so leicht feucht ist halt eher eine klamm aber wenn man den kennt ich kann mir schon vorstellen damit man den fahren kann ohne so rumzueiern wie wir gerade was war das? was war das? fck hätte ich jetzt nicht gebraucht den fuß runter und oh ja der wer das kostet schon Energie das kostet schon Energie ja ja sag ja es ist nichts flowiges aber es ist schön mein GPS geht langsam Akku aus aber jetzt sind wir schon fast durch jetzt bleibt es typisch felserwald trail technisch ja gut ich denke da werden noch so ein paar kommen ne da wird nix mehr kommen in die richtung da kommt nix mehr ein Brückchen zwei kommen noch glaube ich da waren jetzt so die doppelstolper falle ja ich habe es auch recht spät gesehen mal her oh ähm alter sogar beim laufen falle ich fast hin ja 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 warte mal ich muss mich einsammeln rift ja wir servieren ja na